Wird ein Nerv stimuliert? Tssst, tssst. Eilt ein Ich herbei, sagt, das ist doch meine Bewegung hier. Das ist doch mein Fahrrad. Das hab doch Ich gefunden am Wertstoff. Denks büms. Ruf. Die kleinen Tätigkeiten des Lebens, veralltäglichen Situationen zu einem Maximum, das minimativ in der Transzendenz aktualisiert werden kann. Die Kunst des Loslassens kann nicht von jemandem betrieben werden, den es gar nicht gibt. Und den, den es geben könnte, könnte es ja auch nur geben als eine Traumfigur, die geträumt wird von dem Träumer, der auch, der Träumer, der nicht Teil des Traumes ist, der träumt die Traumfigur. und den Rest davon auch noch. Den Rest, ich meine, also die Umgebung, die Bewegung, das Licht und noch viel mehr. das Licht Jetzt ist es auch! Es geht nicht, aber es geht!